Das im Hintergrund ist ein Krankenhaus. Es ist jetzt zwölf Tage her, seitdem ich beim Supercross in Dortmund auf Motorrad saß. Seitdem war das da hinten mein Zuhause. Was alles passiert ist und warum ich eigentlich so lange hier lag, erkläre ich euch gleich. Jetzt will ich aber erstmal hier weg. Was ist eigentlich passiert? Also in Dortmund bin ich am Samstag gestürzt, also wirklich nur in der Kurve weggerutscht, aber so blöd gefallen, dass wahrscheinlich ein Gefäß in meinem Bein geplatzt ist, was dann dazu führte, dass der Oberschenkel sofort wahnsinnig dick geworden ist. Ich bin ins Krankenhaus, habe mich dann durchchecken lassen. Die wollten mich in Dortmund drin lassen. Davon war ich aber nicht begeistert, weil ich immer noch festgehalten habe, an meinem Plan am Montag nach Dortmund nach Amerika zu fliegen. Am Montag mit wahnsinnig vielen Schmerzen aufgewacht. Oberschenkel waren nochmal ein Stück dicker. Also bin ich dann nochmal ins Krankenhaus, habe mich dort nochmal vorgestellt. Die haben sich den Oberschenkel angeguckt. Zwei Stunden später lag ich schon im OP und wurde operiert. Es wurde ein großer Schnitt gemacht an meinem Oberschenkel vom Knie bis hoch zur Hüfte an der Seite, sodass die Schwellung bzw. der Muskel Platz hat, weil die Schwellung halt auf den Muskel gedrückt hat. Und der wiederum auf Blutgefäße und Nerven gedrückt hat. Was zur Folge hatte, dass dann mein Fuß und mein Unterschenkel schon kalt war, weil kein Blut mehr oder viel zu wenig Blut durchgeflossen ist. Aber nur mit der OP war es halt nicht getan. Es war eine riesengroße, fette Wunde, die jetzt aber offen war und offen bleibt, solange die Schwellung noch da ist. Es wurde alle zwei Tage immer ein Stück weiter zugezogen, bis sie dann letztendlich nach dreimal unangenehmem Zuziehen die Wunde komplett zugekriegt haben. Und ja, jetzt beginnt der Heilungsprozess. Die Enttäuschung, dass Amerika jetzt erstmal verschoben worden ist, ist nach wie vor auch noch da, verständlicherweise. Die Enttäuschung hat sich dann aber relativ schnell relativiert, weil mir der Arzt mitgeteilt hat, dass wenn ich geflogen wäre, die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß gewesen wäre, in Amerika dann weder Fuß noch Unterschenkel zu haben. Ja, Amerika ist definitiv für dieses Jahr erstmal für mich auf Eis gelegt. Heißt aber nicht, dass es nächstes Jahr nicht ganz oben auf meiner Liste steht. Irgendwann in ein paar Wochen hoffe ich, dass ich dann irgendwann wieder mal aufs Motorrad schreien kann. Aber ich denke, bis dahin vergeht noch ein bisschen was an Zeit. Aber jetzt geht es erstmal nach Hause. Guten Morgen, ich bin mal wieder auf dem Weg zum Arzt. Heute halt nochmal Wundkontrolle, ob das alles so zusammenheilt, wie es zusammenheilen soll. Und? Kann ich morgen wieder fahren, oder? So, wir sind jetzt wieder zu Hause. Der Arzt war soweit zufrieden. Morgen geht es endlich mit der Physio los und bis dahin heißt es Bein hochlegen, Ruhe und ganz wichtig, Zeit mit Bailey verbringen. Erster Tag für Physio. Ich hoffe, dass ein bisschen Bewegung wieder ans Bein kommt. Und dass wir vor allem den Blut dann auch so ein bisschen rauskriegen. Und ja, schauen wir einfach mal. Let's go. So Nick, zeig mir mal, wie weit du dein Bein anbeugen kannst. Ach doch, soweit schon. Und anheben? Das ist Spezialität, oder? Und das andere Bein? Und nochmal das rechte? Okay, super. Wir arbeiten jetzt schon drei Jahre zusammen und er hat eine Leidenschaft entwickelt. Ich meine nicht das Massieren und auch nicht das Heilen, sondern er liebt es, mich zu quälen in jeglicher Form. Vielen Dank. Fuß an, Bein beugen. Versucht das Knie noch ein bisschen mehr zu beugen, soweit wie du kannst. Ohne Pause. Also wir haben nochmal nachgerechnet. Im Sommer wären es schon fünf Jahre, nicht nur drei. Hallo Dr. Bailey, was sagen Sie denn zu der ganzen Sache? Oben halten. Halten, 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 halten. Drei, zwei, eins und dann ab. Und noch einmal nach oben kommen. Komm, nach oben. Halten. Ich hasse ihn. Woran? Aber irgendwie macht er trotzdem eine gute Arbeit. So einigermaßen. Zeig mir jetzt nochmal, wie weit du dein Bein beugen kannst. Und jetzt hebst du es mal an. Achtung, das ist eine ganz schwere Aufgabe. Trommelwirbel. Das muss man anfangen und dann geht es auch. Na bitte. Und wieder ab. Also Fortschritt ist zu erkennen. Ja, wir haben es geschafft. Und ich darf sogar teilbelasten. Aber eigentlich geht das so gut, brauchen wir fast keine Krücken mehr. Klick, teilbelastung. Ach, Mann. Physio war ziemlich anstrengend, aber wie ihr es vielleicht an meinem Gesichtsausdruck erkennen könnt, sehr erfolgreich, weil die letzten Wochen waren sehr bescheiden, um es mal vornehm auszudrücken. Und es waren schmerzhafte Tage und Wochen. Und jetzt, als der Schmerz nachgelassen hatte und ich probiert habe, das Bein ein bisschen zu bewegen, war es halt eigentlich schon komplett steif. Und den Oberschenkelmuskel konnte ich halt auch gar nicht ansteuern, also weder anspannen noch irgendwas anderes machen, wo ich mich halt schon so ein bisschen drum gesorgt habe. Und jetzt das Bein innerhalb von einer Stunde Physiotherapie schon hochzuheben, ist halt ein riesengroßer Erfolg. Umso mehr weiß man es dann zu schätzen, gesund zu sein. Guten Morgen. Es ist kurz nach acht. Ich habe heute richtig gute Laune, weil ich das erste Mal seit 16 oder 17 Tagen mal mehr als zwei Stunden nachts durchgängig geschlafen habe. Es waren sogar sieben Stunden am Stück. Heute steht weder Arzt noch Physio an. Also werde ich jetzt mal Frühstück machen. und dann mal meine Oma besuchen, weil die habe ich schon ziemlich lange nicht mehr gesehen. Hallo, komm erst mal rein. Hallo, Hüppchen. Das Bein sieht aber schlimmer aus. Jetzt war es nur endlich mit dem Motorrad fahren, nicht? Naja, zumindest bis Mitte März. Niemals. Nein, niemals. März ist noch nicht da, ist es noch nicht vorbei. Na, du willst ja so und so, dass ich aufhöre, oder? Natürlich wirst du aufhöre. Probiert es mir schon seit 20 Jahren zu verklickern, Endlich aufhören mit diesem grausamen Sport. Aufhören, aufhören, aufhören. Ne. Du hast ja einen Beruf, du kannst auch mal arbeiten gehen. Neuer Tag, eine neue Sitzung mit meinem Peiniger und ja, aber es nützt ja nichts. Also, wir holen das Beste raus. Klar. Das war Teil Nummer 1. Geschafft habe ich es trotzdem noch nicht. Ich wechsle jetzt nur mal das Zimmer. Denn, nach der Physiotherapie gibt es nochmal Strom. Also keine 220 Volt. Doch. Doch, heute schon. Das beschleunigt die Heilung um bis zu 70%. So, und das Ganze läuft jetzt eine ganze Stunde und ich gucke mir die wunderbare Natur hier an der Wand an. Heute geht es endlich wieder zum Arzt und ich habe mir die Fäden ziehen lassen. Also, das scheint zu zu sein, aber das Sock ist offen. So, und ich war ganz tapfer. Kann ich bestätigen. Zur Feier des Tages, weil es mir gerade wieder so gut geht, nachdem die Fäden raus sind, wollte ich dem Belly einfach mal was Gutes tun und jetzt shopper mal Spielzeuge. Und? was wir was willst du haben? Ich denke, wir haben was Passendes gefunden. Die erste Nacht habe ich ohne Fäden überstanden und nach wie vor ist es so angenehm, dass die Fäden raus sind. Ich hätte niemals gedacht, dass die so störend sind. Ich dachte vielmehr, dass es die Wunde selber ist, die noch so weh tut. Jetzt bin ich gerade wieder auf dem Weg zur Physio, denn auch wenn die Fäden raus sind, ist die Bewegung trotzdem noch genauso eingeschränkt. Das alles ist Muskel, der kommt hier raus, weil die diese Sehnenplatte, die hier längst verläuft, aufgeschnitten haben und deswegen hat der Muskel jetzt keinen Halt. Also da muss es irgendwann mal wieder rein. Und ich dachte, das Ganze wäre geschleudert. Und das Butterbrot schmieren. Wir ziehen mal einen kleinen Vergleich. Drei Wochen sind vergangen. Nick, du zeigst mir nochmal, wie weit du das Bein nach oben bekommst. Das schlechte Bein. Oh, jetzt muss ich schon die Kamera nach oben ziehen. Ja, das sieht nicht schlecht aus. Anbeugen. Komm, da geht noch ein bisschen. Ja, also Beugung ist noch nicht so seine Stärke, aber nach drei Wochen doch schon ein kleiner Fortschritt zu verzeichnen. Und er hat viel mehr Kraft. Es geht schnell voran, seitdem die Fäden raus sind. Also habe ich zusammen mit Matze entschieden, langsam mit dem Muskelaufbau wieder anzufangen. Das heißt, es geht heute endlich mal ins Fitnessstudio, um mal zu gucken, was möglich ist beziehungsweise was wir jetzt machen können, ohne das Bein zu sehr zu belasten. Schauen wir mal, was der Tag heute so bringt. Ich freue mich auf jeden Fall. Willkommen im Energiewerk Oelsatz. Also so wie Rocky auf eingefrorene Schweine drechen, machen wir nicht mehr. Wir sind ganz Hightech-mäßig unterwegs. Im Energiewerk gibt es das jetzt nämlich mit elektronischem Widerstand, was natürlich die ganze Sache einfacher macht. wie bei James Bond. Wie bei James Bond. Jetzt wird noch mal Maximalkraft bei mir getestet, damit wir erstmal einen Ist-Zustand haben und natürlich dann irgendwann vergleichswert, ob das Ganze ja auch irgendwas bringt. Tränksempfehlung 28 Kilo mittlerer Gewicht um 21 17 leichte Gewicht und wir fangen mit der mittleren Gewicht um einmal an. 21 Kilo nur. Ich fange an. Mein Oberschenkel hat noch damit zu kämpfen. Es ist geschafft. Es war zwar nur eine Stunde, aber ich bin ganz schön K.O. und ja war auf jeden Fall gut. Bein tut zwar jetzt ein bisschen weh, aber ich denke, das ist normal. Mats hat es auch noch mal kurz abgenickt. Jetzt geht es nach Hause ein bisschen ausruhen und dann werde ich ab Montag hier Stammgast sein. Ungefähr so sieht es wahrscheinlich aus, wenn man aufgespritzte Lippen hat. Und warum tust du das? Damit es geschmeidig wird. Geschmeidig. Neuer Tag im Fitnessstudio. Ich kann endlich wieder Fahrrad fahren. Mein Bein macht es mit und die Beugung im Knie macht auch keine Probleme mehr. Ähm, ja. Es geht also Schritt für Schritt voran. Die Woche will ich wirklich nur Muskelaufbau im Bein machen. Nichts anderes, dass ich so einigermaßen in der Lage bin ab nächste Woche anzufangen mit dem kompletten Training. Trotzdem mit Hauptaugenmerk auf aufs Bein aber trotzdem auch wieder ein bisschen was mit dem Oberkörper machen, weil der hat auch lange nichts mehr aktiv machen können und ja. Aber jetzt diese Woche noch Legs only. Und weil hier Hightech F.A. ist kann man nach dem Training auslesen was man alles gemacht hat. In drei Tagen 10 Tonnen bewegtes Gewicht. Wenn man bedenkt, dass ich vor zwei Wochen noch nicht mein Bein anheben konnte geschweige denn beugen konnte oder irgendwas und seit dieser Woche erst einigermaßen normal laufen kann. Es sind zehn Tonnen wohlgemerkt nur für die Beine denke ich nicht ganz so schlecht. Also ich bin zufrieden. Was ich jetzt mache war fünf Wochen meine tägliche Challenge Treppensteigen und es war eine Herausforderung und jetzt nach fünf Wochen kann ich wirklich wieder ganz normal die Treppen hochgehen was mich freut. Was mir aber bewusst gemacht hat dass man das nicht so selbstverständlich sehen sollte. falls ihr einen Scheißtag habt und einfach in keiner Art und Weise eingeschränkt seid dann glaube ich war der Tag gar nicht so scheiße und ihr könnt über die Kleinigkeiten die euch heute widerfahren seid vielleicht einfach lachen so geht es mir zumindest gerade war heute früh schon beim arzt zur letzten kontrolle wir haben jetzt genau sechs wochen nach nach der operation laufen und viel konditionstraining ist noch nicht aber muskelaufbau läuft gut bis sehr gut wir können auch disco wir erzeugen damit ein elektromagnet fällt was die heilung des bindegewebes unterstützen soll jetzt ist da wieder ne bock was also beinmodel wäre ich keins mehr maximal angestellter in der geisterbahn nach wie vor ist die beugung noch ein relativ großes problem aber daran arbeite ich und werde gearbeitet stopp ich sagte stopp vergeht noch ein Stück da oben tut das mal weh so hast du es geschafft für heute oder für immer für heute oh entschuldige es ist immer noch der gleiche tag ich bin aber schon wieder bei matze wir haben uns entschieden heute ein bisschen sport zu machen nicht nur fürs bein sondern ja mal wieder meinen ganzen kreislauf in schwung zu bekommen weil es geht ja langsam wieder in die vorbereitung und ich möchte ja möglichst bald wieder auf dem motorrad sein jetzt kommt das beste vom ganzen training wir haben es geschafft das erste training seit sechs wochen wo ich wirklich mal wieder ein bisschen puls hatte ich habe jetzt schon muskelkater weiß was noch vor mir liegt aber ich freue mich definitiv drauf und ja jetzt alles ausruhen morgen muskelkater genießen und dann weiter machen heute ist es endlich wieder soweit die wunde ist soweit zugehalten dass ich endlich wieder ins wasser kann sprich endlich wieder schwimmen kann neben motorrad fahren ist das so ziemlich einer meiner größten leidenschaften also let's go bei den frauen ist es vielleicht ein kleiner nachteil dass ich noch nicht so alt aus wie ich bin wenn ich aber an die kasse gehen sagt hallo ein schüler bitte klappt das mit 27 immer noch die badekappe das training heute hat mindestens noch viel Spaß gemacht für die ganze letzte woche und im wasser bin ich happy und ähm ich denke wir haben ein paar waren extra schön also ich war jetzt gerade nochmal beim arzt der hat mir es okay gegeben mehr zu machen als nur krafttraining und konditionstraining und was das heißt wisst ihr glaube ich alle ähm doch jetzt geht es erst nochmal schnell nach schweden mit der workaholics crew das war es mit dem ersten teil ähm vielen vielen dank nochmal für alle nachrichten die mich erreicht haben äh für alle die mich im krankenhaus besucht haben oder bei mir zu hause waren ich wollte eigentlich auf alle nachrichten antworten aber es waren so so viele äh ich habe mich aber wie jede einzelne gefreut jetzt sind wir schon in schweden das heißt äh im zweiten oder ja im zweiten teil kommt ein bisschen mehr action wieder rein äh mit schnee und natürlich auch wieder mit dreck also seid gespannt einschalten und äh am besten noch weberwerke channel abonnieren und dann sehen wir uns demnächst bis zum nächsten Mal fielen uent fielen 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 Vielen Dank.